I wie Innenwindel Es gibt ein dreiteiliges Windelsystem, das ist das sogenannte All-in-Three-Windelsystem und das besteht eben aus einer Außenhülle, sind meistens ganz tolle Muster, ganz tolle Stoffe und diese Außenhülle, die muss nicht jedes Mal gewechselt werden. Du wechselst in dem Fall diese Innenhülle und die Außenhülle und die Innenhülle, Innenwindel, die sind eben durch Druckknöpfe in diesem Fall miteinander verbunden. Ich glaube, es gibt auch Systeme, die mit Klettverschluss miteinander verbunden werden und die Innenwindel ist dann eben der Nässe-Schutz. In diesem Fall ist das ein Pull-Stoff, es gibt aber auch Innenwindeln, die aus einem Wollstoff dann bestehen und in diese Innenwindel wird noch eine Saug-Einlage hineingegeben. So, jetzt wäre also die Innenwindel mit einer Saug-Einlage befüllt und du hast den tollen Stoff hier von der Außenwindel und schon hast du ein komplettes Windelhöschen, das du so dein Baby dann anlegen kannst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tschüss!